Willkommen zurück So, hab ich, äh, genau, eine verfeinete Axt Jetzt schauen wir mal, was die Insel jetzt gerade noch so bietet Ja, das schaut ganz gut aus Mir ist einiges nachgewachsen Sind auch schon wieder Kartoffeln dran Holz werden wir auf jeden Fall auch brauchen Achso, wir brauchen ja auch Holz, um die, ähm, Pfeile zu machen Hier, äh, das Aloe Vera nehmen wir uns natürlich auch mit Pai Pai, auf jeden Fall auch Ich sag jetzt einfach mal Pai Pai, bevor ich's Pipi nenne Ja doch, du hast einen Ja, die Yucca-Dinger hier sind auch schon nachgewachsen Sehr gut Halt erstmal hier die Sachen abfarmen, die unsere Insel uns bringt Ach, normalerweise müsste ich hier doch noch Holz haben ohne Ende, oder? Oh, ohne Ende vielleicht nicht, aber das ist noch einiges Oh, jetzt fängt das Regen an Wie viel Sprit hab ich jetzt eigentlich noch? Oh, okay 5,6, okay Oh, ich hoffe, das Boot steht da gut, wenn's die Wellen höher, höher werden Ich will nochmal kurz nachschauen, ob ich überhaupt den Anker gezogen hab Okay Anker ist gezogen Hoffe jetzt mal das Beste, dass das Boot nicht wegschwemmt Ein Lärm macht der Sturm, ey Verrückt Oh, liegen Steine, okay Oh, liegen Steine, okay Ach mensch, was mach ich denn? Ich wollte doch Holz holen. Nein, die Speere wollte ich nicht, sondern... Oh, jetzt ist die Ausdauer, Futsch. Oh, jetzt ist die Ausdauer, Futsch. Wo ist denn jetzt? Ich habe doch ja extra noch ein Holz hingelegt zum Feuermachen. Ich schau, ich liegen jetzt hier zwei Stück. Ja, natürlich liegen hier zwei Stück. Achso, den Speer habe ich glaube ich hier reingelegt. Oh, das ist der Norde. Ja, das ist der Norde. Ja. So, dann gehen wir die mal ab. Dann brauchen wir uns wieder schön hier so ein bisschen Fisch. So, dann ach's mal an. So, laufe wir mal zum anderen hin, dass da wieder Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff gemacht wird. Ah, hier. Das war's schon. Ja, war ein bisschen mit dem Gewitter auch. Oh, sieben Stück. Okay. 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 Okay, eins, der kann man schon wieder fertig. Finde ich gut. Achso, ja, ich wollte mir noch einen Haken basteln. Oh. 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 Finde ich gut. Nein, das ist... Oh Gott, ich hoffe, dass das einer falsch versteht. Äh, dass man solche Trophäen an die Wand hängt, äh... äh... Lass mal einfach das Thema. Es ist ein... ein Spiel. Ein Spiel. Es sind nur Pixel. Oh, wie sieht's denn hier aus? Ist die schon geräuchert? Ne, erstmal nur gekocht. Oh. Ja, ich kann jetzt... Oh. 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 So, jetzt sind die Dinger nämlich geräuchert. Dann fahren wir da einmal rüber. Farmen uns. Das sieht nicht gut aus. So, dann setzen wir mal rüber zur anderen Insel. So, dann tuckern wir mal rüber zu der anderen Insel. Das ist der einzige Nervige, dass man so viel Material braucht für die Pfeile. Aber, die haben den Megalodon schon sehr gut zugesetzt. Wenn ich jetzt das nächste Mal zu einer Insel fahre und nicht so die Sonne noch da steht, sollte man wirklich daran denken, noch eine Lampe mitzunehmen. Ne, das sind zwei kleine. Ich dachte schon, dass wir wieder so ein großes Wildschirm haben, was mich da angreift. Oh. Ja, zumindest die großen Jokka-Pflanzen sind halt schon soweit. Oh, Moment. Aufgebraucht. Sind noch nicht wieder nachgewachsen. Mal schauen, wo die Krabbe sich hier versteckt hat. Anscheinend hinkt die ja nicht mehr da drunter. Die hätte ich hier, glaube ich, in die Richtung irgendwo stehen lassen. Ach so, ja. Bevor ich es vergesse. Ich finde es auch gut, wie schnell auf einmal die Sonne weg war. Ja, aber hier ist wirklich schon ziemlich alles abgefarmt. Ich habe doch gedacht, da war noch irgendwo so eine Krabbe. Oh, Moment. Ne, geht ja gar nicht. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Blöd. Ich wollte gerade umsetzen zu der anderen Insel. Obwohl ich vorher gesagt habe, wir holen uns erstmal eine Lampe. Finde ich gut. Oh, oh. Naja. Da war eine. Okay. Wie schön schnell man jetzt von Insel zu Insel kommt. Das ist ja der Wahnsinn. Ich dachte jetzt, ich tritt schon wieder in irgendwas rein. So, da kam er jetzt her. Jetzt war er mir noch da. Ich mach mir noch aus. Und du bist头? Oh. Das ist so schön als ein großes Schwein, oder? Boah, aber ziemlich weit, wie ich hier reingefahren bin. Ist das jetzt ein großes, was er angreift? Nee. Aber wahrscheinlich kommt gleich noch ein großes, das uns angreift. Und dann erstrecke ich mich wieder. Aber hier ist in der Zeit schon mal ganz schön was nachgewachsen. Das finde ich gut. Ja, das ist ein großes Warzenschwein. Okay. Eigentlich wollte ich es nur legen, weil es uns sonst angreift, aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich das Messer auch dabei habe. Okay. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Svenischlieb. Tschüss. 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 Tschüss.